Ah, hallo mein lieber Fusioner, ich hoffe du hast deine Shading Glasses geputzt und bist bereit mit mir in dieses wunderschöne Thema Materials und Shading in DaVinci Resolve Fusion einzusteigen. Ich habe dir auch ein Trainings-Preset bereits gebastelt und ein Video dazu gedreht, kannst du da oben abchecken. Und jetzt möchte ich hier allerdings Schritt für Schritt da durchführen, was so ein Shader eigentlich braucht und wie man die dann am Ende bastelt. Hier in Fusion habe ich eine Shape 3D, die ich auf Sphere gestellt habe und hier habe ich mir schon mal die vier Illuminationsmodelle rausgesucht. Es gibt in Fusion diese vier Illuminationsmodelle, die jeweils ein bisschen anders mit Licht interagieren. Blin ist das ganz normale Material, was du auch in jedem Material-Tab hier in einem Shape 3D findest zum Beispiel. Genau, also wenn ich das jetzt hier reinziehe, ist nichts anders. Wenn ich allerdings zum Beispiel das Cook Torrance hier reinziehe, dann siehst du, ist auf einmal der weiße Fleck hier oben weggegangen. Und das liegt daran, dass Cook Torrance einen Rauheitsgrad hat. Hier unter Specular kannst du die Rauheit einstellen. Und das ist das, was die Illuminationsmodelle machen. Sie bilden eine andere Oberflächenstruktur deines 3D-Modells ab. Blin ist für normale bis plastikartige Illuminationsmodelle. Cook Torrance ist eher für raue, natürliche Oberflächen. Fong ist eher für Glas geeignet, weil es eben ein Transmittence-Feld hat, womit man quasi mehr oder weniger Glas emulieren kann. Und Ward gibt es hier für eher metallartige Oberflächen, die halt diese ganz, ganz lang gezogenen Highlights haben. Das ist halt für metallische Oberflächen charakteristisch. Aber alle diese Shader sind grundsätzlich gleich aufgebaut. Sie haben nämlich 5 Inputs. Und diese 5 Inputs bestimmen quasi die Oberflächenstruktur des Materials, des Shaders. Wir haben da zuallererst die Diffuse Color. Die Diffuse Color ist quasi die Basisfarbe von dem ganzen Ding. Dann haben wir die Specular Color. Die gibt an, welche Farbe Licht bekommt, das von dem Ding zurückreflektiert wird. Die wollen wir eigentlich immer weiß lassen. Und dann gibt es eine Specular Intensity. Die Specular Intensity gibt quasi an, wie glatt etwas ist oder wie shiny. Nicht zu verwechseln mit Reflektiv. Nur weil etwas Licht wiedergibt, bedeutet das nicht, dass es spiegelnd ist. Weil für spiegelnd ist die Reflect Node zuständig und die zeige ich dir nachher noch. Der nächste Input, den wir haben, ist Specular Exponent. Und den wollen wir eigentlich so gut wie gar nicht anfassen. Der Specular Exponent ist dafür da, um Licht in vielfacher Weise zurückzuwerfen. Und als letztes haben wir noch einen Bump Map Input. Der Bump Map Input ist verdammt wichtig, um die Oberflächenstruktur zu zeigen. Also um viel, viel mehr Geometrie aus deiner einfachen Form herauszuholen und zu faken. Als hätte dein 3D Modell viel, viel mehr Detail. Und wie man die zusammensetzt in Fusion, das schauen wir uns jetzt an. Okay, ich starte hier mal mit dem Blin Material. Und ich habe hier ein Bild von der Erde. Und wenn ich jetzt mit Alt gedrückt hier drauf ziehe, kann ich mir die Basisfarbe wählen. Und hier möchte ich natürlich die Diffuse Color haben. Und wenn ich mir jetzt das Blind Tool hier drüben anzeigen lasse, dann möchte ich noch mal kurz was zur Bedienung klären. Wenn du Mausrad drückst, kannst du das Licht, die Lichtposition hin und her schieben. Und wenn du mit Alt gedrückt hältst und mit dem Mausrad ziehst, kannst du die Position des Shaders dir angucken. Also wie er ringsrum aussehen würde. Weil ohne Input würde er ja nur ein gerader Ball sein. Damit haben wir jetzt schon mal unsere Basisfarbe eingegeben. Na, ich hoffe du denkst doch wohl nicht etwa im Ernst, dass du hier ohne eine Aufgabe durch dieses Shading Tutorial kommst. Also mach am besten gleich mit, damit sich das in dein Hirn einbrennt. Such dir aus dem Internet zuallererst mal kostenlose Textoren. Beliebte Anlaufpunkte sind hier Texture Haven, Polygon und Free3D und FreeTextures.com. Hol dir mal in Fusion ein Blin oder ein CookTorrent Tool rein und verbinde gleich nochmal die Diffuse Color mit. Und wenn du willst, hängt noch ein Shape3D hinten dran. Egal ob das jetzt eine Ebene oder Würfel oder eine Sphere ist, mach worauf du Bock hast. Und du wirst ja sehen, wie es dann am Ende zusammenkommt. Das nächste wichtige Ding ist Specular Highlights. Also Dinge, wo die Erde zum Beispiel besonders reflektierend ist. Und wo ist die Erde besonders reflektierend? Natürlich über dem Wasser. Und dafür habe ich mir hier eine Wassermap rausgesucht. Und die ist bereits richtig, aber wenn ich das hier in meine Specular Intensity Map einfüge, passiert noch gar nichts. Und das liegt daran, dass Specular Intensity immer mit Alpha Kanal gemessen wird. Und da diese Map rein schwarz-weiß ist und keinen Alpha Kanal hat, das kann ich dir auch zeigen, indem ich hier oben mal auf Alpha gehe. Hier ist nämlich alles weiß. Und das, was wir wollen hier, ist ja, den Alpha Kanal zu extrahieren. Das bedeutet, wir suchen uns jetzt ganz einfach einen Lumac hier, fügen den hier ein. Und schon sehen wir, da wo jetzt die Erde ist, da wird das Licht nicht mehr reflektiert. Das bedeutet, wir merken uns, um Specular Highlights zu malen, brauchen wir einen Alpha Kanal. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwo Transparenz haben. So, und deine Aufgabe wird jetzt auch mal sein, deine Specular Highlights zu definieren. Viel Spaß dabei! Als nächstes brauche ich noch eine Bump Map. Aber in dem 3D-Modell hier habe ich überhaupt keine Bump Map. Und das ist voll okay. Weil man kann sich ja auch immer eine eigene Bump Map erstellen. Und zwar ist die Bump Map meistens ein schwarz- bis weißes Bild. Und da wir ja hier bereits etwas haben, was mehr oder weniger dunkel und hell ist, können wir das mal faken, indem wir das ganz einfach durch eine Brightness-Contrast-Node durchlaufen lassen, uns das Ganze mal hier anzeigen lassen und die Saturierung rausnehmen. Und schon haben wir ein schwarz- und weißes Bild von tief bis hoch. Aber wenn ich diese Brightness-Contrast-Node hier verbinden will, finde ich überhaupt gar kein Bump Map Material. Und das liegt daran, dass wir das Bump Map Material erst mal kreieren müssen. Und dazu suchen wir uns eine Create Bump-Node raus. Und diese Create Bump-Node, die sieht jetzt erstmal nur lila aus. Aber wenn ich hier die Height-Scale hochdrehe, dann siehst du schon, da kommt etwas raus. Oder sieht zumindest so ein bisschen aus, als würde hier etwas rauskommen. So, die bestimmt am Ende unserer Höhe. Und das, was wir noch suchen, was wir noch brauchen, ist eine Bump Map-Node. Und wenn ich mir die jetzt hier anzeigen lasse und hier von Height-Map auf Bump Map stelle, dann sehe ich bereits, wo etwas erhaben sein wird. Und wenn ich das jetzt hier mit Alt gedrückt in meine Bump Map-Node einfüge, dann siehst du, dass meine Erde bereits mehr Oberflächenstruktur bekommt, obwohl sie eigentlich nur ein glatter Ball ist. Aber du siehst hier, da wo der Marianne graben ist, da ist noch ziemlich viel unnötige Bump-Information. Und die möchte ich jetzt flach machen, indem ich ganz einfach hier Clip Black aktiviere und den Regler hochziehe, so, dass unser Meer quasi flach ist. Und damit haben wir eine schöne Erde. Du siehst also, es ist voll easy, aus einem bunten Bild eine Bump Map zu machen und das zu nutzen, um deiner Erde oder deinem 3D-Model noch viel, viel mehr Geometrie zu geben. Es kann allerdings auch sein, dass du in dem 3D-Modell, was du dir runtergeladen hast, bereits eine Normal Map dabei ist. Wenn du bereits mit deinem 3D-Modell zum Beispiel so eine komische lila Map hast, dann zieh dir einfach rein und geh mit ihr in diese Bump Map-Node. Und vergiss nicht, die Bump Map hier drüben von Height-Map auf Bump Map zu stellen. So, es wird Zeit, deiner Oberfläche etwas mehr Struktur zu geben. Such dir mal die Bump Map, die du dir runtergeladen hast oder erstell einmal selber, wie ich hier, eine Bump Map aus hell- und dunklen Informationen deines Bildes. Und das ist der prinzipielle Shader-Aufbau in Fusion. Und du fragst jetzt vielleicht, hm, aber was ist, wenn ich etwas spiegeln lassen möchte? Weil die Specular Intensity wirft mir ja zwar Licht zurück, aber kein konkretes Bild. Gut, dass du fragst. Auf geht's, gucken wir uns das an. Damit wir jetzt hier auf unserer Erde schöne Reflektionen überall dort bekommen, wo das Wasser ist, da möchte ich mir jetzt eine Reflect-Node raussuchen und die einfügen. Okay. Und die Reflect-Node hat ähnlich wie die anderen Shader fünf Inputs. Einmal das Background-Material. Was dein Shader ist, der vorher ist. Was viel eher relevant ist, ist das Reflection-Color-Material. Und da fügen wir eine sogenannte HDR-Eye-Map oder eine Reflection-Map ein. Dieses sind quasi 360-Grad-Fotos von der Umgebung, die reflektiert werden sollen. Und dann haben wir noch einen Input für das Reflection-Intensity-Material, was quasi ähnlich wie die Specular-Highlights zuweist, wo etwas spiegelt. Dann haben wir das Reflect-Tint-Material, was quasi eine Farbe ist, die uns quasi zurückgespiegelt wird. Also wie als hättest du einen roten Spiegel zum Beispiel. Und wir haben natürlich auch hier eine Bump-Map. Okay. Gucken wir es uns mal in der Praxis an. Von unserem Blin möchte ich jetzt erstmal als Grund-Material hier reingehen in das Background-Material. Und du siehst, ich habe hier allerdings noch überhaupt keine Reflektion. Und was ich dafür brauche, ist ein 360-Grad-Bild davon, was reflektiert werden soll. Und was würde sich bei der Erde besser eignen als ein 360-Grad-Bild vom Sternenhimmel. Aber das Ding ist, wie du siehst, richtig groß. Das heißt, ich nutze mal eine Resize-Node, um das mir auf meine Projekt-Resolution runterzuschrumpfen. Jetzt brauche ich noch eine Sphere-Map. Und diese Sphere-Map sagt quasi ganz genau, wo etwas reflektiert werden soll. Wenn man sich die selber anguckt, dann sieht die ein bisschen komisch aus, weil man halt nur rumgucken kann. So. Aber die füge ich jetzt hier in meine Reflection-Color ein. Und du siehst, wie etwas verzerrt wird ringsherum. Aber es ist ja total untypisch, dass die Reflektionen hier auf dem Land erscheinen. Und das bedeutet, wir müssen unsere Reflektionen irgendwie einschränken. Und das mache ich genauso wie die Specular-Highlights auch mit einem Alpha-Kanal. Das heißt, ich kann mir hier drüben einfach den Luma-Kir abzweigen und das in meine Reflection-Intensity-Material einfügen. Und du siehst, schon werden an den Landmassen nichts mehr gespiegelt, sondern rein da, wo das Wasser ist. Und wenn ich das jetzt noch aufräumen will, kann ich mit alt einfachen Router erstellen. Und BAM! Ich habe instant schöne Reflections, die mich an den Sternenhimmel denken lassen. So. Und das, was wir jetzt bei dem Reflect-Material gemacht haben, wird auch deine Aufgabe. Such dir mal ein 360-Grad-Foto aus dem Internet oder vielleicht hast du ja selber eine 360-Grad-Kamera, mit der du deine Sphere-Map aufnehmen kannst. Verbinde dann das 360-Grad-Foto mit einer Sphere-Map in das Reflection-Color-Material und definiere die Reflection-Intensity. Viel Spaß dabei! Und somit habe ich jetzt einen relativ komplexen Shader erstellt mit Reflektion, mit schönen Sachen und so weiter. Und das muss ich jetzt zum Ende einfach nur noch in meine Shape 3D einsetzen und schon habe ich meine 3D-Kugel der Erde, die ich animieren kann. Und wenn du noch mehr mit diesen Shadern ausprobieren möchtest, dann schau doch mal da oben, da habe ich dir ein Trainings-Preset erstellt, wo du das Ganze nochmal für dich ein bisschen nachvollziehen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, Kameramagier, und hoffe, dass die Welt der 3D-Animation dich jetzt in ihrem Bann hat. Weil das, was du jetzt höchstwahrscheinlich bemerken wirst, wenn du da rausgehst, ist, dass nasser Asphalt irgendwie sehr viel mehr Licht zurückwirft an dich und dass kleine Oberflächenstrukturen dich auf einmal faszinieren. Zumindest ging es mir so, als ich damit das erste Mal Berührungspunkt hatte. Ich hoffe, dass genau das dich fasziniert. Und ich freue mich, wenn wir das irgendwann noch ein bisschen vertiefen können. Bis dahin, ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Tutorial, Kameramagier. Ciao.